Bochum. Die ehemalige Bergbaustadt Bochum liegt im Ruhrgebiet und ist auch bekannt für ihre Universität, die zu den größten Deutschlands gehört. Stadtteile. Bochum setzt sich aus sechs Stadtbezirken zusammen. Mitte, zehn Grumme, elf Gleisdreieck, 13 Altenbochum, 14 Südinnenstadt, 15 Kruppwerke, 16 Hame, 17 Hordel, 18 Hofstede, 19 Riemke-Wattenscheid, 24 Königfeld, 25 Wattenscheid-Mitte, 26 Leite, 27 Westenfeld, 28 Wattenscheid-Höhentrop, 29 Eppendorf-Nord, 36 Bergen-Hill-Trop, 37 Gärte, 38 Hapen-Rosenberg, 39 Korn-Hapen-Föde-Abzweig-Ost, 46 La, 47 Werne, 48 Langen-Dreher, 49 Langen-Dreher-Alterbahnhof-Süd, 53 Wimmelhausen-Brennschöde, 54 Stiepel, 55 Querenburg-Süd-West, 63 Weidmar-Mitte, 64 Weidmar-Mark, 65 Linden, 66 Dahlhausen. Hintergrundtief im Westen Wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser, als man glaubt, sang schon Herbert Grönemeyer über seine Heimatstadt. Und es stimmt, Bochum hat mehr zu bieten als nur Staub und Kohlehalden. Dort wo einst die Kumpel ihren Durst stillten, gibt es heute eine Vielzahl von Kneipen und Bars. Und wo sie Tag ein Tag aus ihrer Arbeit verrichteten, findet heute Kultur statt. Das Ruhrgebiet ist im Wandel. Die einstigen Metropolen der Arbeit suchen ihren Platz im Jetzt. Die heutige Universitätsstadt und die Heimat des VfL Bochum ist eine der 20 größten Städte, ca. 380.000 Einwohner, in Deutschland und braucht die Konkurrenz seiner großen Nachbarn Essen und Dortmund nicht zu scheuen. Im Gegenteil, Bochum geht mit ihnen zusammen, sowie mit vielen anderen Städten im Ruhrgebiet einen gemeinsamen Weg, in dem sie als Region in Sachen Kultur, Freizeitgestaltung und Tourismus als ein ganzes auftreten. Landschaft Bochum liegt auf dem Übergang des flachen Münsterlandes im Norden zum Bergischen Land im Süden. Deshalb ist der nördliche Teil Bochums flach, die höchste Erhebung ist der Tippelsberg. In grauer Vorzeit soll einst der Riese Tippbulus sich hier niedergelassen haben, und als er den Lehm von seinen Stiefeln abgeklopft hatte, ist der Tippelsberg entstanden, welcher mehr ein Hügel ist als ein Berg. Sogar ein flacher Hügel, denn so viel Lehm haben selbst Riesen nicht an den Stiefeln. Trotzdem sollte man hinaufsteigen. Die Aussicht auf das mittlere Ruhrgebiet ist fantastisch, oben gibt es Hinweistaffeln mit den markanten Punkten ringsum. Der Süden Bochums grenzt an das Ruhrtal und ist schon recht bergig. Die Industrialisierung im Ruhrgebiet hat im 19. Jahrhundert im Ruhrtal angefangen und ist dann nordwärts gewandert. Zurück blieb ein biologisch nahezu intaktes Ruhrtal, welches heute als Naherholungsgebiet dient. Zwischen Bochum und Witten liegt im Ruhrtal der Chemnader See. Die Ruhr ist Trinkwasserreservoir für das Ruhrgebiet, entsprechend streng sind die Vorschriften zur Reinhaltung des Flusses. Es gilt ein generelles Badeverbot für den Chemnader See, in der Ruhr ist Baden ebenfalls nicht erlaubt und wegen der starken Strömung auch nicht ganz ungefährlich. Sportboote dürfen jedoch überall benutzt werden. Für Bochum gilt, wie für die meisten anderen Ruhrgebietsstädte auch, dass die exklusiveren und teuren Stadtgebiete im Süden liegen, während Industriebetriebe eher im Norden angesiedelt sind. Mit dem Flugzeug mit dem Flugzeug ist Bochum nur über die im Umland angesiedelten Flughäfen, oder zu erreichen. Hierfür muss man eine weitere Fahrt mit anderen Verkehrsmitteln einplanen, da die Flughäfen von Bochum aus weit entfernt liegen. Von den oben genannten Flughäfen ist der Düsseldorfer Flughafen der mit den meisten Anbindungen in der Welt. Es gibt außerdem eine direkte S-Bahn-Verbindung vom Düsseldorfer Flughafen bis zum Bochumer Hauptbahnhof. Fernverkehr Bochum ist gut mit der Bahn zu erreichen. Der ist über mehrere IC und ICE-Strecken aus vielen großen Städten Deutschlands mit einer Direktverbindung erreichbar. In Richtung Süden kann man über Köln und Frankfurt bis nach Nürnberg, München oder Stuttgart reisen. In Richtung Norden geht es über Dortmund nach Hannover, Berlin oder Hamburg. Die Verbindung nach Berlin wird sogar im Stundentakt befahren. Regionalzüge folgend Regional-Express-Züge verkehren über Bochum-Reh 1 Nordrhein-Westfalen-Express-Aachen, Hamm-Reh 6 Westfalen-Express-Düsseldorf, Minden-Reh 11 Rhein-Hellweg-Express-Düsseldorf, Paderborn-Reh 16 Ruhr-Sieg-Express-Essen, Siegen-Isalone-Reh 40 Ruhr-Lenne-Bahn-Essen, Hagen-Reh 46 Glückaufbahn-Bochum, Gelsenkirchen. S-Bahn S1 Dortmund, Düsseldorf-Solingen im 20-Minuten-Takt. Mit dem Bus der liegt in der Wittner Straße unweit des Hauptbahnhofs. Einige Haltestellen, zum Beispiel von Flixbus, liegen in der Bahnunterführung. Auf der Straße Bochum ist gut aus allen Richtungen mit dem Auto zu erreichen. Bochum ist der Knotenpunkt des Ruhr-Schnellwegs, A 40, und der Autobahn A 43, die sich nordöstlich von Bochum am Bochumer Kreuz treffen. Der Ruhr-Schnellweg sorgt für die Verbindung von Duisburg-Essen im Westen und Dortmund im Osten. Über der A 43 kommt man von Münster im Norden oder von Wuppertal im Süden schnell nach Bochum. Bei der An- und Abreise mit dem Auto sollte man darauf achten, dass man nicht gerade in der Raschauer fährt. Mit dem Fahrrad Bochum ist mit dem Fahrrad über das Radnetz des Regionalverbandes Ruhr aus vielen seiner Nachbarstädte erreichbar und verbindet die zerrute Industriekultur zugehörigen Sehenswürdigkeiten untereinander. Hierzu gehört auch die Erzbahntrasse in Bochum, welche einst eine Eisenbahnstrecke zur Versorgung der Hochofen des Bochumer Vereins mit Eisenärz war. Öffentlicher Personennahverkehr in Bochum fährt man mit dem Verkehrsverbund Rhein-Ruhr, VRR. Für den Personentransport im Stadtgebiet von Bochum ist für den VRR die Bochum-Gelsenkirchener Straßenbahnen AG, kurz Bogestra, im Einsatz. Besonderheit, bei der Benutzung von Bussen ist zu beachten, dass man vorne einsteigt und ein Ticket löst oder sein gültiges Ticket vorzeigt. Zum Verlassen des Busses benutzt man dann die hinteren Türen. Nicht vergessen, den Fahrschein vor Fahrtantritt abzustempeln, offiziell heißt es Entwerten. Die roten Entwerte hängen hauptsächlich in den Fahrzeugen. Tarif, Fahrkarten, Auskunftsstellen Innerhalb des VRR gibt es vier Preisstufen. Innerhalb einer Stadt gilt die Preisstufe A, für Fahrten in direkten Nachbarstädte gilt Preisstufe B, Für Fahrten über drei Stadtgebiete gilt Preisstufe C und Preisstufe D gilt für Fahrten innerhalb des gesamten Verbundgebietes. Fahrkarten gibt es in den Kundenbüros der Bogestra, an Automaten an den Haltestellen der U35, an Automaten in den Straßenbahnwagen oder vorne bei deren Fahrern, bei den Busfahrern und in den dafür gekennzeichneten Kiosken. Achtung, in den Fahrzeugen der U35 sowie an Tunnelstationen der Straßenbahnen mit Fahrerverkauf ist kein Ticketkauf im Fahrzeug möglich. Kundenbüros in der Stadtbahnstation Hauptbahnhof auf der Verteilerebene und im Bogestra-Verwaltungsgebäude an der Universitätsstraße 58 Stadtbahn Die U35-Fahrt von Bochum-Querenburg über die Ruhr-Universität, Bochum-Hauptbahnhof, Bochum-Rimke und Herne-Bahnhof nach Herne-Strönkede. Die bisherigen Straßenbahnen verlaufen in der Innenstadt ebenfalls unterirdisch, sodass die Innenstadt völlig gleisfrei ist. Knotenpunkt aller Stadtbahnlinien ist der Hauptbahnhof. Die Linie 302 fährt von Bo Langendreher über Bochum-Hauptbahnhof, Wattenscheid und Gelsenkirchen-Hauptbahnhof nach Gebohr-Rathaus. Die Linie 305 fährt von Bo Langendreher über Bochum-Hauptbahnhof und Rathaus-Süd nach Wattenscheid-Höhentrop. Die Linie 306 fährt von Bochum-Hauptbahnhof nach Herne-Eickel-Hauptbahnhof. Die Linie 308 fährt von Bo Gerta über Bochum-Hauptbahnhof nach Hattingen-Mitte. Die Linie 309 fährt von Bo Langendreher nach Witten. Die Linie 310 fährt von Witten über Bochum-Hauptbahnhof und Rathaus-Süd nach Wattenscheid-Höhentrop. Die Linie 316 fährt von Bo Gerta über Bochum-Hauptbahnhof nach Herne-Eickel-Hauptbahnhof. Die Linie 318 fährt von Bo Gerta über Bochum-Hauptbahnhof nach Bodalhausen. Nachtexpress die Nachtexpresse oder auch Nachtfalken genannt, fahren am Wochenende und vor Feiertagen von Bochumer Hauptbahnhof in den Nachtstunden einmal stündlich in die unterschiedlichen Stadtteile, um die Nachtschwärme außerhalb der normalen Fahrzeiten des öffentlichen Nahverkehrs nach Hause zu bringen. Regionalverkehrzüge des Regionalverkehrs, Regionalexpress und S-Bahn, können mit Fahrkarten des VRR innerhalb des VRR-Gebietes benutzt werden. Liste der Regionalzüge Sie ja unter Bahn. Tipp, eine Fahrt mit dem RE46 bietet Ausblicke auf das alte Ruhrgebiet, auf Industriearealer und Vororte. Taxi Der Grundpreis für Taxifahrten beträgt 2,30 Euro, der Kilometerpreis tagsüber 1,25 Euro, zwischen 23 Uhr und 5 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen 1,35 Euro. Die Rufnummer der Taxi-Zentrale lautet 0,234-333-000. Für längere Fahrten sollte ein Festpreis ausgehandelt werden. Richtwerte sind Bochum, Flughafen Düsseldorf, 50,00 Euro Bochum, Flughafen Dortmund 40.00 Euro. Sehenswürdigkeiten Sehenswürdigkeiten findet ihr in Bochum unter dem Begriff Blue Line. Infos hierzu bekommt ihr in allen Bürgerämtern oder auf der Webseite Blue Line sowie im Büro für Stadtmarketing, Hüstrassen 9. Dort gibt es auch monatlich einen Veranstaltungskalender. Viele Sehenswürdigkeiten der Stadt sind auch Teil der Route der Industriekultur unter der viele der alten Industrieanlagen im Ruhrgebiet zusammengefasst sind. Museen Wenn nostalgische alte Eisenbahnen und Loxmark, ist im Eisenbahnmuseum Bochum Dahlhausen sowie im Bahnhof Dahlhausen gut aufgehoben. Das Eisenbahnmuseum Bochum ist mit einem Areal von rund 70.000 Quadratmetern und einer Sammlung von über 120 Schienenfahrzeugen das größte private Eisenbahnmuseum Deutschlands. Neben bedeutenden Lokbauarten werden markante Personen und Güterwagen gezeigt und Spezialbereiche des Eisenbahnwesens anhand historischer Einrichtungen wie Lokschuppen mit Drehscheibe, Wasserturm und Bekohlungsanlage dokumentiert. Es befindet sich auf dem Gelände eines ehemaligen Bahnbetriebswerkes und ist ein lebendiges Museum mit sehr vielen, historischen Fahrzeugen und echtem Dampfbetrieb. Hier hält auch die historische Ruhrtalbahn, die etwa einmal im Monat verkehrt. Das Deutsche Bergbaumuseum ist eines der bedeutendsten Bergbaumuseen der Welt und zugleich ein Anschauungsbergwerk. Dabei war das Museum nie eine echte Zeche, sondern von Anfang an als Museum geplant. Hier kann man einen Teil der Bochumer Geschichte hautnah miterleben. Es geht auch ein paar Meter unter die Erde tilde 12 Grad Celsius, Jacke mitnehmen. Über Tage zeigt die Dauerausstellung Stücke zu allen Themen des Bergbaus. Von der Aussichtsplattform auf dem Fördergerüst, Höhe 71,40 Meter, ist bei guter Sicht ein weiter Blick über das Ruhrgebiet möglich. Sonderausstellungen werden im Schwarzen Diamanten, einem neuen Anbau, gezeigt. Im Montanhistorischen Dokumentationszentrum kann anschließend selber wissenschaftlich recherchiert werden. Ansonsten gibt es noch den Museumsschub und die Cafeteria Grubengold. Mit den Zechen entstanden im Ruhrgebiet die Brauereien und mit ihr die Brauerei Moritz Fiege. Unter der Woche, Montag bis Donnerstag sowie Freitag, gibt es die Möglichkeit einer Brauereibesichtigung, Braukultur. Der Besuch des Brauereimuseums ist nur in Kombination mit einer Besichtigung möglich. An der Stadtgrenze zu Herne, Rölinghausen, liegt die zum Westfälischen Industriemuseum gehörende Zeche Hannover mit dem Malakow-Turm und dem Maschinenhaus. Letzteres enthält die imposante Dampffördermaschine, die zu bestimmten Anlässen in Betrieb gesetzt wird, heutzutage allerdings mit Pressluft anstelle von Dampf. Auf dem Gelände der Zeche gibt es auch noch die Zeche Knirps. Hier können Kinderspielen die Abläufe in einem Bergwerk erfahren. Das Heimatmuseum im historischen Helfshof, erste urkundliche Erwähnung, 13. Jahrhundert, zeigt hauptsächlich Stücke aus Haus- und Landwirtschaft. Es wurde in den 1970er Jahren restauriert und widmet sich auch der Stadtgeschichte Wattenscheitz, seit 1974 eingemeindet. Auf dem Anwesen von befindet sich das Bochumer Bauernhausmuseum. Haus Chemnade befindet sich eigentlich auf Hattinger Stadtgebiet, wurde jedoch Anfang des 20. Jahrhunderts von der Stadt Bochum erworben. In dem Museum werden Objekte aus der Landwirtschaft gezeigt. Das Fachwerkhaus, in dem das Museum seit 1974 residiert, wurde aus Bochum Stiepel hierher bewegt, um es vor dem Kunst im öffentlichen Raum Gegenüber dem Hauptbahnhof steht seit 1977 die Großplastikterminal von Richard Serra. Sie besteht aus vier zwölf Meter hohen gegeneinandergestellten Stahlplatten, die dem Betrachter von jeder Seite aus eine andere Perspektive vermitteln. Ecke Kortumstrasse Hüßstrasse steht die Plastik ohne Titel von Ulrich Röckriem. Wegen Bauarbeiten zur Zeit nicht ausgestellt. Hu-Hirten-Denkmal am Massenberg Boulevard, die Statue stellt Fritz Korte-Busch dar, dem letzten vier Hirten im Dienste der Stadt. 1870 trieb er zum letzten Mal das Vieh auf die Föde, heute der Stadtpark. Engelbert Brunnen auf der Kortumstrasse zum Andenken an Graf Engelbert Zweider, den Bochum an die Stadtrechte in den Jahren 1321 bis 1324 verliehen hat, wegen Bauarbeiten zur Zeit nicht ausgestellt. Jobsiade Brunnen auf dem Husemannplatz Dargestellt wird die Theologieprüfung des Helden Hieronymus Jobs, der Hauptfigur der Jobsierte, einem komischen Heldengedicht des Bochumer Dichters und Arztes Karl Arnold Kortum. Die Entfaltung der Stadt Skulptur an der Schützenbahn von Prof. Karl Henning Seemann Skulpturen im Stadtpark Die Glocke vor dem Rathaus ist ein Denkmal für den in Bochum vervollkommneten Stahlformguss und die industrielle Blütezeit des Reviers. Die Glocke wurde für Weltausstellung in Paris 1867 gegossen. Stolpersteine In den Boden eingelassene Messingtafeln erinnern an während des Nationalsozialismus deportierte jüdische Mitbürger. Ehrenmal auf dem Friedhof haben wir für die Opfer des Grubenunglücks auf Vereinigte Präsident im Jahre 1936. Die Plastik stammt vom Sosterbildhauer Wilhelm Wulff. Gebäude, Industriekultur und Denkmäler Das Rathaus Bochum wurde 1931 eröffnet. Gebaut wurde es nach den Plänen des Darmstädte Architekten Prof. Karl Roth. Der Grundriss ist streng symmetrisch, die Fassadengestaltung schlicht. Im großen Innenhof ist der Saalbau so angelegt, dass an beiden Seiten Nebenhöfe entstanden sind. Dort befinden sich je ein Brunnen aus Travertin und Bronze. Links steht der Brunnen der Schönheit, rechts der Brunnen des Glücks. Die Brunnen sind Arbeiten von Prof. Vogel aus Berlin. Wenn du vor dem Rathaus stehst, schau dir auch die U-Bahn-Station vor dem Rathaus an. Der Bahnsteig Süd ist architektonisch sehr interessant. Freitragende Halle ohne Säulen, Lichtschächte leiten das Tageslicht nach unten, quer durch die Halle führt eine Brücke für die Linie 306. Bahnhof Dahlhausen siehe auch unter Museum. Das alte Amtshaus des Landkreises Bochum-Nord an der Brückstraße ist architektonisch der westfälischen Renaissance nachempfunden. Es wurde 1884 erbaut. Solche kontrastreich verzierten Fassaden aus rotem Backsteinen und hellem Sandstein finden sich an Wasserschlössern. Der kleine Laden neben der Treppe beherbergte früher die Kutsche des Amtmanns. Der Bismarck-Durm wurde zu Ehren Otto von Bismarcks, der Ehrenbürger der Stadt Bochum war, erbaut und am 16. Oktober 1910 eingeweiht. Öffnungszeiten, früher Sommer, täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr, Mo. Ruhetag. Herbst, Sa. Plusesau. Von 11 Uhr bis 17 Uhr. Vom Winteranfang bis zum Beginn der Osterferien geschlossen. Eintritt frei. Sehr gute Aussicht auf das Stadtgebiet. Zeche Hannover, Malakow-Turm siehe auch unter Museum. Schloss Ruine Weidmar und Silvesterkapelle, Hattinger Straße. Haus Chemnade Wasserburg im Ruhrtal, beherbergt die Instrumentensammlung Grund, die Ostasiatische Sammlung und die Schatzkammer Chemnade. Burg Blankenstein, auf Hattinger Stadtgebiet, aber im Besitz der Stadt Bochum. Außer dem Burgturm sind nur wenige Mauern erhalten. In der Ruine befindet sich ein Gastronomiebetrieb. Vom Burgturm hat man eine sehr schöne Aussicht auf das Ruhrtal und den Stadtteil Bochum-Stiepel mit der historischen Dorfkirche. Die wurde 1008 als Saalkirche errichtet. Zwischen 1130 und 1170 wurde sie durch eine romanische Basilika ersetzt und im 15. Jahrhundert erweitert. Sehenswert sind die Wand- und Deckenmalereien und der historische Friedhof. Das Zisterzienser-Kloster in Bochum-Stiepel wurde 1988 gegründet und untersteht dem Abt vom Heiligen Kreuz in Österreich. Beliebt ist der klösterliche Weihnachtsbasar, auf dem senegalesische Kunst angeboten wird. Bergarbeiter-Sedlung Dahlhauser Heide, Anfang des 20. Jahrhunderts gebaut im Stil einer Gartenstadt im Ortsteil Bochum-Hordel für die Mitarbeiter der Zeche Hannover. Renoviert und heutigen Bedürfnissen angepasst gehören Siedlungen dieser Art zu den begehrten Wohngebieten. Einen Spaziergang durch die Siedlung kann ich empfehlen. Zwischen 1850 bis 1900 stieg die Einwohnerzahl Bochums von Straßen und Plätze Kortumstraße, Fußgängerzone, Haupteinkaufsstraße Hüßstrasse, Fußgängerzone, Boutiquen, Straßencafés Massenberg Boulevard, Flaniermeile, Straßencafés Engelbertplatz, Zentrum des Bermuda Dreiecks Husemannplatz sowie Dr. Rührplatz, Weihnachtsmarkt Parks und Seen Chinesischer Garten, ein Teil des Botanischen Gartens, der einzige im südchinesischen Stil in Deutschland. Im Süden grenzt die Ruhr und der Chemnadersee an Bochum. Der Chemnadersee lädt durch seine gut angelegten Rad- und Gehwege zum Radfahren, in Leinen, gemütlichen Wandern oder zum Laufen um den See ein. Die kleine Runde ist ca. 8,4 Kilometer und die große CA 10,5 Kilometer lang, an Sonn- und Feiertagen leider meist sehr überlaufen. Auf der Ruhr werden von privaten Anbietern auf Anfrage Kanutouren angeboten. Die Städte Bochum, Hagen, Hattingen, Herdecke, Wetter und Witten haben die Gemeinschaftsinitiative das Ruhrtal ins Leben gerufen, um das Potenzial des Ruhrtals als Naherholungsgebiet auszubauen. Seit 2005 haben sich die Städte Dortmund, Essen, Oberhausen und Mühlheim an der Ruhr der Initiative angeschlossen. Tierpark Bochum, der Bochumer Zoo, sehenswertes Aquarium Fossilium, der Rest ist ganz nett. Stadtpark Wattenscheid mit Vogelvolliere, freier Eintritt. Geologischer Garten an der Querenburger Straße. Einsicht in die geologische Struktur des Ruhrgebietes, gut für einen Abendspaziergang. Irminger See, Spazierweg um den See, ca. 2 Kilometer, Kinderspielplatz, Halfpipe für Skater, kleine Fläche für Inliner, zum Üben ganz brauchbar. Manchmal trifft man auf Modellschiffer, der dortige Sandtumshof ist allerdings seit Ende 2012 geschlossen. Stadtpark mit Bismarckdurm und Tierpark, sehr alter Baumbestand, zwei Teiche, Rosengarten. Weidmarer Holz kleines Waldgebiet. Kortumpark kleiner Park mit sehr alten Gräbern, teilweise gute Aussicht auf die Innenstadt. Giesenbergpark Freizeitpark an der Stadt Grinze zu Herne, mehrere Kinderspielplätze. Muttenthal in Witten. Spazierweg durch die Anfänge des Bergbaus. Es gibt einige Stolleneingänge und Maschinen des frühen Bergbaus zu sehen. Empfehlenswert. Wer möchte, kann auch im Nachbartal die Ruine. Burg Hardenstein besuchen, ca. 15 Minuten Fußweg an der Ruhr entlang. Der Sagenach soll hier vor 700 Jahren der Zwergenkönig Goldemar gelebt haben. Muttenthal in Witten. Spazierweg durch die Anfänge des Bergbaus. Es gibt einige Stolleneingänge und Maschinen des frühen Bergbaus zu sehen. Empfehlenswert. Wer möchte, kann auch im Nachbartal die Ruine. Burg Hardenstein besuchen, ca. 15 Minuten Fußweg an der Ruhr entlang. Der Sagenach soll hier vor 700 Jahren der Zwergenkönig Goldemar gelebt haben. Events. Flohmarkt vor dem Rathaus jeden dritten Samstag im Monat. Dampf-Festival-Präsentation alter Dampf getriebener Straßenfahrzeuge, ca. alle zwei Jahre auf dem Gelände der Zeche Hannover in Bochum-Hoddel. Fiedinger Figuren-Theater der Nationen. Bochum-Maiabend-Traditionelles Schützenfest am letzten April-Wochenende. Rubissimo, Sommerfest der Ruhr-Universität im Juni. Bochum-Total das Ruhr-Gebiets-Festival in Bochumer Bermuda-Dreieck. Es ist eines der größten frei zugänglichen Musik-Festivals in Deutschland. Jedes Jahr im Sommer, am ersten Donnertag nach Ferienbeginn, wird an vier Tagen und mittlerweile auf fünf Bühnen ein umfangreiches Programm an Musik angeboten. Fiege Kino Open Air nahe Bochumer Innenstadt auf dem Brauereihof hinter der Berufsschule. Sparkassen-Girosier-Untersport. Bochum 7 ab in Bochum-Langen-Dreher, hier feiert der Stadtteil Nummer 7. Bochum 7 noch aus alten Postleitzahlen-Zeiten. Öminger Summertime in Bochum am Öminger See. Chemnader See in Flammen. Chemnader See und Hafenfest. Extraschicht die Nacht der Industriekultur in Juni, siehe auch unter Kultur. Open Flair im September, Straßenzirkus, freier Eintritt. Bochum-Kulinarisch Bochumer Gastronomen präsentieren ihr Köstlichkeiten im August. Bochumer Musik-Sommer auf dem Massenberg Boulevard, freier Eintritt. Chemnader International Festival der Weltkulturen. Klavierfestival Ruhr. Bochumer Weinfest im September. Oktobermarkt. Bochumer Bachtage im Oktober-November. Bochumer Weihnacht mit mittelalterlichem Weihnachtsmarkt rund um die Pauluskirche, Handwerkskunst und Medbemklang historischer Instrumente. Ruhr Triennale. Kermes die Kermes an der Kastropper Straße wird zwar immer kleiner und seltener besucht, jedoch ist es für Eingefleischte die beste Kermes der Welt. Früher war die Kermes riesig groß und sie fand dreimal im Jahr statt, Ostern-, Sommer- und Herbstkermes. Die Ostern-Kermes war manchen Leuten zufolge einer der besten in ganz Nordrhein-Westfalen. Man kann hoffen, dass die Kermes sich irgendwann wieder fängt und nicht, wie allgemein vermutet, gar nicht mehr kommt. Anreise vom Hauptbahnhof mit der 308 18 Richtung Gerteschürbankstraße. Aussteigen an der Haltestelle Planetarium. Aktuell, 2013, findet die Kermes nur zu Ostern statt. Sie hat sich zu einer Familienkirmes entwickelt. Jedes Jahr, am letzten Wochenende, Samstag bis einschließlich Montag, im September, findet im Stadtteil Stiepel die sogenannte Fliegenkirmes statt. Der Name kommt angeblich vom ursprünglich dort stattfindenden Viehmarkt, der auch heute noch, in kleinerer Form, samstags stattfindet. Es gibt diverse Fahrgeschäfte, Imbissbuden und Getränkestände. Meist ist die Kermes gut besucht, Parkplätze vor Ort sind schwer zu finden. Es bietet sich an, mit öffentlichen Verkehrsmitteln anzureisen, Haltestelle Stiepeldorf, Buslinien vom Hauptbahnhof aus, 356, 370 und CEN und 30. Von der Haltestelle sind es etwa noch 500 Meter Fußweg. Kultur Jahrhunderthalle im Westpark, Industriedenkmal kleiner als minus größer als Kulturkathedrale, eines der außergewöhnlichsten Festspielhäuser Europas, einer der Austragungsorte der Ruhrtriennale Extraschicht die Nacht der Industriekultur. Einmal jährlich kann man zwischen 18 Uhr und 2 Uhr im ganzen Ruhrgebiet kulturelle Veranstaltungen in ehemaligen Industrieanlagen besuchen und an Führungen durch produktiven Betrieben teilnehmen. Shuttlebusse verbinden alle Orte untereinander. Türmer Saal Klavierbau und Konzertwesen, Friederikastraße 4, 44789 Bochum. Bahnhof Langen Drehert Zentrum für Soziokultur, Wallbaumweg 108, 44894 Bochum. Bochumer Kulturrat Soziokulturelles Zentrum, Lothringer Straße 36, 44805 Bochum, Tell, 0244, 862012 Fax, 02, 34-516-5850. Theater, Schauspiel und Musikhol. Bochum, Bochum, etc. Theater, Apostruf, Hernerstraße 299. Prinzregentheater Prinzregentstraße 50-60. Theater, Thea, Lothsi, Hester, Lothsi, Straße 21. Rotzda, 5 Theater. Rotzstraße 5. Theater, Sespis, Barker, Mulde 3. Theater, Zauberkasten, Lothringer Straße 36. Theater, Total, Hunscheid, Straße 154. Konstantin Musiktheater Wedumestraße 6. Das aktuell erfolgreichste Musical der Weltexpress. Bochumer Symphoniker. Wattenscheid. Bochum, Sternenprojektor, unter der rund 20 Meter hohen Kuppel haben etwa 300 Personen Platz. Es empfiehlt sich ca. eine halbe Stunde vor Beginn der Vorstellung zu erscheinen. Kastropper Straße 67, 44791 Bochum. Das Planetarium ist mit dem Auto nicht leicht zu finden und verspätete Besucher werden abgewiesen. Passivruher Stadion und der VfL Bochum, Fußball, für alle die auf erstklassigen Fußball stehen. Passiv und aktiv Car-Stadtrohr Marathon, Laufen inline, Sparkassen, Giro, Straßenrennen der Radprofis am ersten Wochenende nach der Tour de France und jeder Mann Giro am Vortag. Aktiv. Kletterzentrum Neolit in Bochum-Riemke, Klettern, Kanutouren auf der Ruhr, Wassersport, nahe der Stadtgrenze in der Nähe des Chemnader Seas liegt das Indoor-Beach-Sport-Center, Beachvolleyball und Beach-Soccer. Segeln auf dem Chemnader See. Bootsverleihe in Hevenei, Segelschein ist erforderlich, keine privaten Boote. Surfen auf dem Chemnader See, Tretboot und Ruderbootverleihe in Hevenei und Ovenei am Chemnader See. Radfahren, Joggen. Die Erzbahntrasse ist ein 9 Kilometer langer Rad- und Gehweg vom Westpark bis zum Hafen Grimberg in Gelsenkirchen und ab Oktober 2008 mit Anschluss an den Emscher Radweg. Keine nennenswerten Steigungen, tolle Aussicht auf Industrieanlagen und Siedlungen, bis auf eine wenig befahrene Straße kreuzungsfrei, auch für Kinder geeignet. Die Kreiberner Trasse führt von der Erzbahntrasse ca. 5 Kilometer hinter dem Westpark ab zum Zeche Zollverein. Leider vier ebenerdige, vielbefahrene Straßenkreuzungen, Länge ca. 10 Kilometer. Führt direkt an der Halde Rheinelbe vorbei, einfacher aber lohnender Aufstieg mit Blick auf das mittlere Ruhrgebiet. Urtalradweg, ca. 230 Kilometer Radreisen in natürlicher Landschaft. Emscher Radweg, ca. 225 Kilometer Radreisen vor Industriekulisse. Inlineskating rundweg um den Chemnader See, CA 9,5 bzw. 11 Kilometer. Leinfahrt längs der Ruhr. Baden und Wellness Stadtbad Hallenbad am Massenberg Boulevard in der City, Sauna, Massagen, Wassergymnastik. Sauna, Fitness und Massage in der Medisim am Ruhrpark, ehemalig Aquadrom. Nordwestbad Hallenfreibad Hofstede, Stettiner Straße 1 bis 3, Tell 0234, 524718. Freizeitbad Heveneihallen und Freibad, schon Stadtgebiet Witten am Chemnader See, großer Saunabereich, beheiztes Außenbecken auch im Winter nutzbar, Tell 02302, 56263. Hallenfreibad Höhen-Trop, am Südpark 1, Tell 02327, 73167. Hallenfreibad Langendrea, Eschweg 50, Tell 0234, 287547. Hallenfreibad Linden, Brannenweg 10, Tell 0234, 494257. Hallenbad Querenburg Sonnenbaden nicht zu empfehlen ist die Wiese am Ümiger See, dadurch Schwäne und Enten stark verschmutzt. Stadtpark auf der Wiese unterhalb des Stadtpark-Restaurants, freier Zutritt Westpark, in City-Nähe, viel Platz, freier Zutritt Chemnader See, Nordwestufer am Hang, nachmittags ungünstiger Sonnenstand, freier Zutritt Liegewiese an der Ruhr in Dahlhausen, sauber, sehr viel Platz, freier Zutritt. Einkaufen Der Ruhrpark, großes Einkaufszentrum auf der grünen Wiese, liegt direkt am Bochumer Autobahnkreuz, Ausfahrt, Bochum-Werner-Ruhr-Schnellweg. Hier findet man alles, was das Einkäuferherz begehrt. Vom Mediamarkt über C&A sowie Karstadt, Sinn und kleineren Boutiquen ist alles vorhanden. Korthum-Strasse, Hüßstrasse, Massenberg-Boulevard im Zentrum von Bochum, Fußgängerzone, Haupteinkaufsstraße. Uni-Center im Stadtteil Querenburg Einkaufs-Center Hannibal im Stadtteil Hofstede Allgemein einzelne Gastronomieangebote in den Stadtteilartikeln Zu Bochum gehört die echte von Dörninghaus. Sie gehört zum Pflichtprogramm für jeden Besucher. Die bekannteste Bratwurst in Bochum ist über die Stadtgrinsen hinaus bekannt und dient oft als Grundlage für eine richtig gute Currywurst. Man bekommt sie zum Beispiel am Bratwursthäuschen am Engelbertbrunnen direkt an der U-Bahn-Station Bermuda-Dreieck. Bochum-Kulinarisch, Massenberg-Boulevard An einem verlängertem Wochenende im August servieren Gastronomen aus Bochum und Umgebung internationale Gourmet-Küche zum Pro-Bier-Preis, allerdings bei übersichtlicher Porschensgröße. Ob australisch, italienisch, spanisch, japanisch oder französisch. Hier findet jeder seinen Gaumenschmaus. In allen Monaten die auf R enden werden frische Miesmuscheln angeboten. Sie gelten als Delikatesse. Im Mai gibt es holländische Mattiers, diese sind sehr mild, unbedingt probieren. Ebenfalls im Mai ist Spargelzeit. Viele türkische oder arabische Lebensmittelgeschäfte bieten kleine Süßigkeiten aus Blätterteig, Mandeln, Kokosflocken, Honig und Zucker an, türkisch, Tartle. Die türkischen sind extrem süß, man bekommt sie nur mit viel Kaffee hinunter. Die arabischen entsprechen eher den mitteleuropäischen Geschmack. Sie sollten sie probieren. Restaurants Adi im Luisenhof, Luisenstraße 14, griechische Küche Stretlingshof in Altenbochum, vier Kilometer von Zentrum, Altenbochumer Straße 64, australische und internationale Küche. Tapas, Cortumstraße 3, spanische Küche. Unna M.A.S., Hansböckler Straße 34, spanische Küche. Taufenbach, Brauerei aus Schank, Gerberstraße 19-21. Altes Brauhaus Riedkötter, Große Beckstraße 7, Tell, 0234-9266710. Mutterwittig, Vanguardstraße 35, Tell, 0234-12141. Zu Ule, Hüßstraße 24 A. Zeit, Hattingerstraße 601, fünf Kilometer vom Zentrum, türkische Küche. Living Room, Luisenstraße 9-13, neue internationale Küche. Restaurant Zappenduster, Gallensche Straße 129, Telefonnummer, 0234-6102727. Speisen in absoluter Finsternis, ein Highlight der Erlebnis-Gastronomie, ich kann es sehr empfehlen. Getränke im Ruhrgebiet wird Bier getrunken. Einst war Dortmund die Stadt mit den meisten Brauereien und auch heute findet man noch zahlreiche Brauereien, wenn auch nicht mehr so viele, im Ruhrgebiet. Wer einmal hier ist sollte eine der Brauhäuser oder Bierstuben besucht haben. Fiege ist die einzige verbliebene Großbrauerei in Bochum, das Bils schmeckt angenehm herb und hopfig und ist von kräftig gelber Farbe. Etwas milder ist das Fiegegründerhell, das die Sorte Export abgelöst hat. Außerdem stellt Fiege noch ein Dunkelbier, Black Mac, und im Mai ein Bockbier mit 7% Alkoholgehalt her. In Bochum findet man das Fieges Stammhaus, in dem man auch in Sachen kulinarischer Köstlichkeiten nicht zu kurz kommt. Bongardstraße 23 Auch in der Hausbrauerei und Kornbrennerei Taufenbach kommt das Essen nicht zu kurz. Doch das Bier des Hauses ist das Highlight, aber nur hier erhältlich. Taufenbach-Bils ist sehr mild und süffig. Gerberstraße 19, 44787 Bochum Nachtleben Das ist der Treffpunkt des Ruhrgebiets. Hier reiht sich eine Kneipe an die nächste. Bochum bietet hier ein reichhaltiges Angebot an unterschiedlichsten Kneipen und Bars. Leider gehören diese immer häufiger auch zu großen Ketten. Gerade im Frühling werden auf dem Engelbettplatz, Zentrum des Bermuda-Dreiecks, die ersten schönen Tage des Jahres mit dem Motto Stühle raus zelebriert. Das ist hier die Hölle los. Bermuda-Dreieck heißt ca. 75 Bars, Restaurants, Cafés und Bistros mit 10.000 Plätzen, davon 3.000 unter freiem Himmel. Kneipe in Bahnhof, Langen Dreher. In Querenburg befinden sich die Studentenwohnheime und die Studentenkneipen. Wem die Preise in der Bochumer City zu teuer sind, kann hier gerne auf ein, oder mehr, bis in das Q100 oder die Vorlesung einkehren. REF, die Bermuda-Halle Konrad-Adenauer-Platz 3, 44787 Bochum, TEL, 0234-640-4626 Prater- und Dom-Diskothek, Dostnerstraße 425, 448-09 Bochum Matrix Rockpalast, Hauptstraße 200, 448-92 Bochum-Langen Dreher. Zeche Bochum-Diskothek, Prinzregentstraße 50-60, 44795 Bochum Unterkunft Die Jugendherberge Bochum liegt in direkter Nähe zum Ausgehviertel-Bermuda-Dreieck und ist somit sehr attraktiv für Jugendgruppen, aber auch ältere Semester. Lernen Bochum verfügt mit der Ruhr-Universität, RUB, über eine große Hochschule mit teilweise exzellentem internationalen Ruf. Die Uni wurde in den 1960ern gebaut und galt damals als topmodern. Die Gebäude wurden vom Architekten als Schiffe verstanden, die in einem Hafen das Wissen ankern. Allerdings sollten sie nur einige Jahre stehen und später ersetzt werden. Dies geschah nie. Im Umkreis werden mittlerweile neue Gebäude gebaut. Die alten sind voll von Asbest. Die Schauspielschule Bochum gehört zu den renommiertesten Schauspielschulen in Deutschland und brachte zahlreiche bekannte Schauspieler hervor. Eigentlich ist sie keine eigene Hochschule, sondern nur der Studiengang Schauspiel Bochum der Volkwang-Hochschule Essen, doch der Name hat sich durchgesetzt. Weitere Hochschulen Sicherheit Bochum ist wie das gesamte Ruhrgebiet eine sehr sichere Region. Es gibt keine sogenannten Ogo-Erejas. Aber man sollte die grundsätzlichen Regeln befolgen, ein Auge auf sein Gepäck haben, nicht mit einer dicken Brieftasche protzen, sich nicht provozieren lassen und niemanden provozieren. Gesundheit Bochum verfügt über zahlreiche Kliniken und die Universitätskliniken mit entsprechenden Notdiensten. Daneben ist ein dichtes Apothekennetz mit 24-stündigen Notdienst vorhanden. Fachärzte aller Fachrichtungen sind im niedergelassenen Bereich ausreichend vorhanden. Eine Auswahl ärztlicher und zahnärztlicher Notdienste in Bochum Ausflüge Schiffstour auf dem Chemnadersee in den Sommermonaten, rundfahrt ca. eine Stunde Schiffstour auf der Ruhr bis Wetter in den Sommermonaten, ca. zwei Stunden. Nachbargemeinden Kastrop-Rauxel Dortmund-Witten-Hattingen-Essen-Gelsenkirchen-Herne-Wanne-Reickel